Ja, dann wollen wir mal auf ins Finale. Und ich hab noch keine Ahnung, wo der ist. Auf jeden Fall fährt der Motorrad, das ist ganz schön scheiße. Der ist hinter der Barrikade. Na, wie der erscheinen müsste ich... Hä? Was war das? Oh! Alter! Du! Du! Aber du! Ach du Scheiße! Ich komm ja zunächst hier! Oh! Fack, ey! Oh ja! Ja, 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 ja! Sag mal! Hab ich dem was abgezogen? Ja, ja, hast du. Jetzt sieht man nur die weibigen schwarzen Hintergrund. Okay. Boah, der nimmt aber wirklich, ey! Das heißt, ich kann bestimmt nur schießen, wenn er hier reinkommt. Ja, das sieht so aus. Oh, Alter! Oh, typisch, er nervt hier auch ein bisschen. Hallo? Ja! Meine greift denn nicht mehr an. Okay. Ne, die greift nicht mal die anderen an. Jetzt, jetzt, warte, warte, warte! Warte! Oh, nein! Ich hab keine Milizierung mehr! Oh, und jetzt? Äh... Ja? Kannst du ihn noch so ankratzen? Jetzt so? Äh, ja, weiß ich gar nicht Ahnung, hab ich jetzt nicht gesehen. Ja, schön. Äh, Leute, nun? Äh... Kack'n verdammt. OH! Alter! Okay, der ist nicht einfach. Nein! Absolut nicht. Aber der macht seine eigene Typisch hier weg. Ja, tut das gut. Oh, die werden immer mehr, ey! Ah, aber der haut dir weg. Jetzt geh schnell hin, geh schnell hin! Ja, 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 okay, okay, du triffst, du triffst. Oh, warte! Der hat mich doch nicht auf. Ist egal, du triffst. Opfer muss man bringen. Oh, Mann! Komm, wer dass er in der nächsten Runde von seinem Rost da runtersteigt. Ey, oh, fisch mich! Oh, komm, der hat nicht mehr viel! Mann! Ey, Mann! War hier hinter mir was? Ne, außer Tommys. Hey, hey, hey! Was? Hä? Ah! Meine Fresse! Noch, ey! Ne! Sag doch! So schnell kann ich gar nicht drücken! Der kommt! Hey, ist das ein Penner? Ja! Sau! Oh, hallo! Ich bin gesprungen. Gut. Komm mal wieder rein hier! Seid doch jetzt mal hier! Brauchst doch nur noch einen Schlaf! Jetzt aber! Kann schon, kann schon, kann schon! Ja, ja, ja! Und immer noch! Immer noch! Oh, komm schon, du stirbst gleich! Komm nie ran! Du stirbst gleich! Oh, der hat doch gar nichts mehr! Ja! Oh, Alter! Ist jetzt fies! Ja! Der kommt rein! Yes! Komm schon! Oh, der blockt! Alter! Ah! Warum bucht jetzt? Ja! Hat Karas im Arsch? Ja! Dem ist mehr als im Arsch! Okay! Okay! Los! Du kannst ihn abfertigen! Du kannst ihn abfertigen! Äh! Alter! Alter! Oh Gott! Komm schnell! Ja, ja, ja! Was? Wohin? Du drück ich richtig lang? Ja! Ja, hoff ich! Ja! Der kann doch jetzt viel tappen! Ja, schön! Leute! Ich kann nicht mehr schießen! Ja! Oh! Oh! Dich doch! Ganz im Ernst! Oh man! Ach du Scheiße! Ähm! Ja! Oh! Was? Alter! Oh! Was geht? Alter! Ich kann nicht schießen! Ist das sein Ernst? Ähm! Ach du Scheiße! Ich trau mich grad gar nicht doll ran, ey! Oh Gott! Äh! 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 Was kam denn jetzt hinter mir? Ich war bestimmt so eine Liniending, was zu dir umkommt! Äh! Äh! Bleib stehen! Bleib stehen! Oh Gott! Ach du meine Güte! Ja fuck ey! Du musst doch nicht schießen! Ähm! Aber es geht ja schon! Äh! Oh Gott! Ja! X! Hast du X? Ja! Äh! Ja! Ich glaub du hast sogar mal abgezogen! Wir sehen das nicht richtig! Ach du fuck! Komm her! Ja! Du triffst! Du triffst! Ja! Ja! Sieht gut aus! Oh! Givaldi! Man muss auch verbringen! Genau! So sieht's aus! Oh wenn ich jetzt... Oh! Drück auf X hier! Ich hab X getrunken! Hau ihn, die Beine weg oder so. Geht aber eigentlich schnell. Okay. Kann da nicht noch irgendeine Pisse kommen. Komm, fahren wir nach vorne. Oh Mann. Oh, ich bin grad voll angespannt. Alter. Ich auch ein bisschen. Alter. Fuck. MALLO, lass mich hier aufstehen! Boah, ist das ein Wichser? Ja, boah. Hallo, wer fährt's damit? Drecksack, ey. Was ist das denn? Äh, scheiße. Guck, wenn der mal nicht mehr fiel. Ich treff, ja. Ja, jetzt. Ja, und immer noch. Und noch mal. Alter. Alter, ne bisschen. Komm schon. Hey. Komm schon. Ja, jetzt. Irgendwie. Okay. Okay. Zweite Ebene geschafft. Du hast Manny. Komm schon. Oh Mann, Mann, Mann. Oh, was? Hab ich gemacht? Oh Gott. Ich brauche jetzt was gemacht. Bisschen, der hat aber jetzt gar nicht viel. Nein, nein. Der hat jetzt nur ein bisschen. Okay. Ja, 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 ja. Nochmal. Ja. Oh Gott, ey. Oh, und das war jetzt die letzte Ebene, bitte. Komm schon. Nee. Hallo. Doch. Echt jetzt? Wenn der jetzt im Arsch ist, ne. Oh Mann. Ach du Kacke, ey. Fick dich doch mal. Oh Kacke. Ich hab kaum noch Lolis. Oh Mann. Schöne. Das ist mies. Oh. Boah. Oh, guck mal gut. Oh, guck mal gut. Wow, sehr gut. Oh kacke. Oh. 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 Oh, sterb doch mal endlich. Mach doch doch mal hin und dreh. Ich bin dabei. Okay. Super. Ich schlafe noch. Wir stehen, du Penner. Und jetzt? Alter. Und er hat noch gar nichts mehr. Geht gar nicht. Oh yeah. Und jetzt fahrt jetzt bitte! Bitte, bitte! Ist ja wie Transformers hier. Ja. Was? Der hat aber nicht viel. Aber trotzdem. Ich habe kaum noch Herzchen. Also Lolli ist meine. Oh man, ey. Ja. Komm schon. Jetzt aber. Bitte. Das sieht doch nicht so aus. Ah, fick dich doch mal! Ey, das gibt das nicht. Das gibt das echt nicht. Das kann nicht wahr sein. Der ist ja hartnäckig wie Sau. Ja. Das ist ja gerade schwimmen. Yeah. Und jetzt aber... Es ist jetzt final kalt. Bitte, die Musik ist doch schon weg. Mann! Nein! Was? Was? Was geht? Oh mein Gott. Wow. Okay. Das ist ja ein richtig schlimmer Penner. Ja. Ich habe gerade noch ein bisschen Schiss wegen meiner Luzzis. Was? Ich habe nicht mehr viele und ich kriege hier gerade die auch nicht wirklich. Du hast nur noch einen. Bis jetzt zieht er dir noch nicht viel ab. Ne. Könnte vielleicht auch noch helfen. Will. 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 Oh. Scheiße. Oh, gehen wir noch weiter weg. Oh Mann. Oh. Will. Will. Kranker ey. Gehen die Dinger jetzt hoch? Ja. 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 Das ist aber eine. Okay. Jetzt hier. Zack, zack, zack. Yes. Alter! Oh nein! Hau da nicht so einen ab! Oh. Hallo! Kacke! Hauf auf ihn! Ja! Oh, das war es jetzt bitte! Ja! Oh, leck mich am Arsch ey! Was war das denn für ihn noch? Ich weiß nicht mehr! Das war doch jetzt nicht mal der letzte, oder? Ich weiß nicht. Ich kämpfe doch bestimmt noch gegen den Typen, der alle geholt hat. Ich hab keine Ahnung. Oh, wann jetzt? Deut... Schaltkreise kaputt. Meine Fresse! Der war jetzt hartnäckig. Das war jetzt mal ein Ding für sich. Jetzt bin ich ja gespannt, ne? Habt ihr noch gegen ihn kämpfen was oder nicht? Der reicht mir als Endgegner. Was noch habe ich nur noch einen Willi? Ja. Ja. Was noch ein Schwerpunkt ist, Juliette. Du hast alles gemacht, wie ich dachte. Du hast alles gemacht, wie ich so wünschte. Start bis Ende. Danke für deine Zusammenarbeit. Jetzt ist das reale Problem, die ist es zufilen! Hä? Hä? Oh Mann. Mach keinen Scheiß, Typie. Eingleich. Halt ihn im Hab davon, na? Ja. Okay. Oh Mann. Hm. Hey. Oh Mann. Yo! Ist doch gut oder nicht? Eigentlich ja schon. Oh Mann. Das sehe ich nicht. Oh Mann. Oh Mann. Oh, das ist ein Eifer verschwinden. Ja. Das ist aus dem Klauen. Ich bin mir so emo. Nee. 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 Er liebt uns. Ach du Scheiße ey. Was wird das? Oh mein Gott. Ja, mach keinen Scheiß. Tüdel, du machst Adalene, ja? Oh Mann. Ach du Kacke, ja klar. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab nur noch einen Lolli. Das schau ich doch nie, hallo? Also wie soll ich denn? Was? Oh du Kacke, was ist denn jetzt wirklich so richtig töten? Na schätze ich mal. Also wenn es jetzt so Ende wäre, wäre das jetzt ein bisschen scheißer. Ja, das schon. Kommt jetzt bestimmt in der Mitte noch. Ja. Ja. Okay. Ich hoffe ja, da kommt noch mal ein und noch mal einen Schock so, ne? Ja, dann stürzen wir uns da mal rein. Ja. Auf in den Kampf. Boah, das ist halt ne fette Sau. Ich fand den ja jetzt grad schon... Also jetzt ist es schwierig, aber nervig. Ja. Wie wird denn der denn jetzt? Der ist ja voll fett und so. Ja. Ich hab ja so schon mit den kleinen Fettys Problem gehabt. Aber... Elvis höchstpersönlich, oder was? Ja. Das ist doch ganz normal. Aber schon war das nicht so sehr. Oh. Oh. Oh! I can't. But the reception here is terrible. So listen carefully. Yes, Sensei. Yes, Sensei. Oh my God. I just heard you. You're right there. It was the wind or something. Yeah. You must first get close to Killabilly. But be careful. Here shall we say, crank him. Okay. Ganz nah ran an Killabilly. Killabilly. Oh my... Ich... Lol, do you hear that? Was? Oh God. Ach so. Eh, 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 okay. Da kommt alles geflogen. Pass auf, die muss ich mitnehmen. Okay. Oh, klar. Kriegen wir hin. Schmeiß. Da kommt bald da. Wow. Nein, oh God. Kommt da noch weiter? Ne, das ist die Ampel. Ja. Da kommt bald. Zack. Wow. Ach, kacke. Zack. Mann. Komm weiter hier hinten. Da sagt... Irgendwie fliegt immer der Autofahrtball. Jetzt hast du. Habe ich? Ja. Äh, warte. Wuuuuh. Ich fliege bei der ganzen Gettin weg. Ja. Oh, Alter. Ist das dein Ernst? Oh, Gott. Ja. Scheiße, ey. Leute, lohnt sich immer so weit. Die werden wir jetzt ganz cool. Ja. Weil ich hab auch wirklich nur noch einen. Ne, ich hab zwei. Ja, wow. Du wirst wie der drauf ist, ey. Der ist bestimmt voll scheiße. Chat, ich mal O. Boah. Boah. Du, hat er bald. Äh, ey. Ja, der hat er bald. Ja. Boah. Boah. Pass auf. Ja. Ah, okay. Super. Sind jetzt hier Stärken, die jetzt hier rumgehen? Ne, warum liegen die einzeln drum? Keine Ahnung. Sammle die einfach mal ein. Alter. Oh, ich mach's aber schnell. Ja. Ja. Oh, wow. Das ist gut. Okay. Let's go! Alter, wie machst du hin im Head? Nein! Wie legst du hin? Pass mal die. Wie gut den hast du. Komm, wir bauen jetzt. Da müssen wir da ein. Irgendwas blauer? Das ist doch cool. Hast du bestimmt so Energie oder so weit? Gut. Ja. Jetzt kam dann wieder. Nicht schlecht. Alter. Ach, nein. Ach, du schießt so typisch wieder. Komm schon, ey. Was ist denn da grüne Zeugs jetzt? Ich weiß nicht. Grün ist aber... Ne, aber der dampft immer grün an. Also... Ne. Keine Ahnung, was das ist. Ich muss echt grad sagen, das ist voll geil hier so mitten in der Stadt, ne? Ja, irgendwie schon. Ob man mich da grad ein bisschen am Konzler erinnert. Boah, sonst ist der grad echt geil hier noch zu. Ja, auf jeden Fall. Aber der ist noch so weit weg. Ja. Wow. Und Schmeisterautos. Na. Interessiert uns nicht. Kommt, angeflogen? Hast du doch schon. Ich bin vorhin eingeputem. Sorry. Ja. Ja. Wann Loli? Oh, hab ich den hier? Ja. Bin ich da? Du schießt vor irgendwas. Hä? Ich bin noch lange nie da. Das ist halt so aus. Was krieg ich hier? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ne. Ich brauche mir ein bisschen Angst. Oh, das sieht grad voll geil hier aus. Ja. Kann ja nicht schaden, das einzusammeln. What? Oh, du hast ein Zeitlimit für irgendwas. Warum? Warum? ich weiß nicht. Oh beinahe. Der tut nicht mehr. Oh doch Oder? Ne. Shit. Weiter im nächsten Part versuchen wir uns das nochmal. Und dann machen wir den hoffentlich platt. Richtig. Ciao. Tschör.